Wir stellen uns doch alle die Frage, wieso werden eigentlich die Spieler, die zum HSV gehen, schlechter? Und wenn die wieder weggehen, besser. Ein paar Beispiele. Gregoritsch in Augsburg. Jonathan Tarr, Leverkusen, genauso wie Son. Und hier Demi bei Hoffenheim. Wieso ist das eigentlich so? Ganz klar. Ja, weil es wird einfach immer, fast jedes Jahr die Führungskräfte ausgetauscht. Also sprich Sportdirektor, Trainer, das zum Beispiel. Und das bringt einfach die Unruhe im kompletten Spielsystem, Taktik, Umfeld, Atmosphäre. Und wie soll man da, ja, wie soll man da zurechtfinden? Muss man ganz ehrlich sagen. Also ich denke mal, dass es so das Problem ist. Finde ich selber schade. Jetzt auch morgen HSV gegen Köln. Wird mit Markus Gisdol höchstwahrscheinlich entlassen werden, falls der HSV verlieren sollte. Und dann habe ich gehört, dass der Bruchhagen wohl schon einen Nachfolger irgendwie hat. Sozusagen in der Schublade. Vielleicht Rubisch oder Thomas Doll. Was weiß ich. Allerdings musste HSV erst mal verlieren. Wovon ich natürlich nicht von ausgehe. Weil mein Tipp wird sein 1-1. Schreibt eure Tipps auch mal wieder in die Kommentare. Würde mich sehr freuen.